Kriegt der auch noch, oder wie? Nein, kriegt er nicht. Wir gehen jetzt noch hin. So, wir gehen jetzt noch hin. Lass uns bei 10 Minuten in Ruhe. Ja, dann wird's noch wieder. Das ist das. Am ersten Mal ist es im Auftrag geworden. Er hat draußen lang gefahren. Beide Schienenhoften. Und Blickgewitter. Also, da wird er sich jetzt gleich wieder einschmeißen, oder? Ja? Ja. Wenn du nur auf die Gegend fährst da draußen, dann machst du meistens Fotos da draußen. Ja, das stimmt. Aber meistens sind die Gruppe vor. Ja, natürlich. Man sieht es nicht so oft. Aber du bist trotzdem der Größe in dem Maus weg, glaube ich. Komm mit. Geh mal rüber. Du machst alles selbst in deiner Maus, oder? Hab ich gehört. Du machst es? Du machst es. Wenn du noch besser bist, wenn du noch besser bist. Ja, wenn du mit Leder zu tun hast, dann ist es ein bisschen schwierig, oder? Du bist schon ein Passler, oder? Du machst ein bisschen ja. Aber die Zeit geht jetzt immer besser. Auf jeden Fall. Das ist eine Geheim-Kipps-Woah-Hinksi-Hand-Use-Sachen-Machler. Also, ich danke Ihnen. Das war nicht flaggisch für dieses Woche. Ich komm hier auch aus der Gegend ein bisschen. Ha, wie ist nächstes Jahr? Du bist wieder da, regtest du auch schon da? Ja, nächstes Jahr war ja gut. Aber jetzt brauchst du nicht mehr Urlaub, ein bisschen schlopfen, oder war nicht schlecht? Nein, das brauchst du nicht mehr. Schlopfen braucht man kann, einfach so über Feierabend was bezeichnet. Alfred, war's gut? Auch eins? Und guck mal runter, hol dir dein drittes Foto ab. Also, jeder kriegt so viele Fotos für uns, wie er möchte. Er braucht nur jedes Mal hochfahren mit seinem Audi, mit seinem ganzen Stolz. Die Hälfte wird jetzt rausgeleitet und gleich kommt das nächste Fahrzeug. Da haben wir noch Außenblickzeit. An die Fahrzeuge auch, dass Sie nachdrücken hier in der Boxengasse, das ist ja ganz wichtig. Das ist gut, wenn ihr geht, weil dann verpasst ihr nämlich jetzt doch was? Eine kurze Frage, wer kann nicht sagen aus welcher Fernsehserie? Das ist, mal kurz die Hand hoch. Du weißt es, dann gehen wir kurz hier vorne hin, du weißt es auch. Dann komm auch mal hoch. Kommt, ihr drei rein zu kommen. Machst du mal die Musik kurz ein bisschen leise? Nicht, du nicht, die drei brauche ich jetzt mal alleine. Was machst du hier, sag mal? Was war das, was dich so verrutscht in der Hand, oder? Ja, bitte. Wirst du mir mal ins Ohr was machen? Sagst du mir was machen? So, und jetzt machst du's einmal raus? Nicht? Weiß ich nur dein. Warte, Moment, Moment. Ich hab doch gerade gefragt, wer weiß, was es auf welche Fernsehsserie geht, so sieht. Und weiß es oder weiß es nicht? Ja, er warst du. Sagst du, nicht weiter. Nein, weiter. Vielen Dank.